Lange Zeit war die Frage tabu, doch heute stellen Sprachwissenschaftler endlose Spekulationen über den Ursprung des Wortes Mafia an. Nach der Theorie, die mir immer als die einleuchtendste erschien, ist Mafia eine Verballhornung der arabischen Wörter Mu für Kraft und Offa für Beschützen. Aber nicht die exotische, weit in die sizilianische Geschichte zurückreichende Etymologie, sondern die Tatsache, dass dieses Wort während meiner Jugendzeit so gut wie nie ausgesprochen wurde, ist für mich das eigentlich Interessante. Ich wusste von der Existenz nicht nur des Wortes, sondern auch der dahinterstehenden Wirklichkeit, aber ich nahm sie so wahr, wie man einen flüchtigen Geruch im Wind ausmacht, etwas, das einem vertraut und doch nicht ohne weiteres fassbar ist. Die Mafia war im Leben Sizilien auf gespenstische Art gegenwärtig. Dies hat mich immer an den Ausspruch des dänischen Philosophen Sören Kierkegaard erinnert. Ein Teil des menschlichen Dilemmas bestehe darin, dass man dazu verdammt sei, das Leben vorwärtsgewandt zu leben, es aber rückwärtsgewandt zu verstehen. Seit Generationen leben wir Sizilianer mit der Mafia, doch wir verbannen sie rigoros sowohl aus unseren Gesprächen als auch aus unserem Denken. Erst seit relativ kurzer Zeit beginnen wir rückwärtsgerichtet die Wirkung zu verstehen, die der Krake, ein bildlicher Ausdruck für die Cosa Nostra, unsere Sache, den zuerst ein Richter benutzte und der bald darauf allgemein gebräuchlich wurde, auf unsere Geschichte und Kultur gehabt hat. Sizilien ist jedenfalls genau der Ort, an dem sich ein Phänomen wie die Mafia entwickeln konnte. Wir Sizilianer waren selbst niemals wirklich Herren in unserem eigenen Land. Wir waren stets eine Kolonie. Und was noch schlimmer ist, eine Kolonie, die von einem Herrscher an den anderen weitergereicht wurde. Wäre diese Herrschaft streng und repressiv gewesen, dann hätte sie wenigstens eine starke, zentralisierte Regierung geschaffen. Aber dem war nicht so. Sizilien war immer ein Land, das eher ausgebeutet als regiert wurde. Bis ins 19. Jahrhundert hinein beherrschten aristokratische Familien das Leben Siziliens, mehr oder weniger unabhängig davon, welcher Eroberer das Land gerade als sein Eigentum betrachtete. Diesen Baronen ging es in erster Linie um ihren Besitz und ihre Vorrechte. Diese Aristokratie musste schließlich zusammenbrechen und verschwinden, doch das von ihr hinterlassene Vakuum wurde nicht von einem bürgerlichen Mittelstand ausgefüllt. Während die Barone nach Rom, Wien, Paris und anderen Orten zogen, wo sich die große Welt traf, fiel die Verwaltung ihrer Länder rein Mittelsmännern zu, den Gabelotti. Diese Verwalter pressten aus den kleinen Pächtern den hohen Zins heraus, den die abwesenden Landbesitzer verlangten, und hielten die Banditen in Schach, die das Land unsicher machten. Sie hatten den Rückhalt eines Netzwerkes aus Familie, Freunden und Klienten, den einzigen Gruppen, die in der Lage waren, trotz des Fehlens einer institutionellen Ordnung soziale Stabilität zu garantieren. Und so wurden diese Gabelotti, die neuen Männer Siziliens, Prototypen der Capi Mafia, der Zukunft. Die von ihnen zur Durchsetzung ihrer Macht gedungenen Gewalttäter waren die Vorläufer der sizilianischen Mafiosi. Anders als ihr späteres Pendant in den Vereinigten Staaten, dessen Basisfamilien, die Gambino, Bonanno und so weiter bildeten, organisierte die sizilianische Mafia sich bodenständig und war an einzelne Orte gebunden, Corleone, Pritzi und andere Gemeinden. Später schlugen dann diese Mafiagruppen eine Brücke von den Dörfern zu den sich entwickelnden städtischen Zentren, wie beispielsweise Palermo. Die sizilianische Cosa Nostra war immer ein integrales Element der Gesellschaftsstruktur, viel mehr als ihr amerikanisches Gegenstück. Sie entwickelte sich in Sizilien vor dem Hintergrund eines verkümmerten und nicht richtig funktionsfähigen Staates. Nach den verschiedenen Eroberungen erwartete dort niemand, das System werde ihm zu seinem Recht verhelfen. Die Sizilianer erhofften von den charismatischen Muomini di Rispetto, dass sie das tun würden, was sonst überall in Europa die Funktion von Verwaltung und Regierung war. Wenn jemandes Tochter vergewaltigt wurde, erwartete er von solch einer Respektsperson eher Hilfe als von fremden Polizeikräften. Das Netzwerk der Mafia übernahm im 19. Jahrhundert immer mehr staatliche Aufgaben. Die Mafia kümmerte sich um Steuereintreibung, entwickelte eine Hierarchie von Führungskräften und rekrutierte kleinere Armeen, um ihren Gesetzen Geltung zu verschaffen. Im politischen und wirtschaftlichen Leben passte man sich diesen Gegebenheiten an und akzeptierte sie als Realität. Später, als eine legitimierte Regierung ihre Autorität durchzusetzen versuchte, musste sie diese Realität erst einmal als kriminell neu definieren. Das war eine monumentale Aufgabe. Die Mafia hatte in Sizilien eine autonome Gesellschaftsordnung geschaffen. Sie hätte aber nicht den Erfolg haben können, den sie hatte, wenn es ihr nicht außerdem gelungen wäre, einen Mythos zu schaffen. Ihre Mitglieder waren vorgeblich Ehrenmänner und bildeten eine ehrenwerte Gesellschaft, die diese Ordnung nicht nur funktionsfähig hielt, sondern auch dafür sorgte, dass sie entsprechend ihren Prinzipien funktionierte. Mario Puzzo, der Verfasser des Paten, hat diesen Aspekt der Mafia-Mentalität völlig klar erkannt. Wer sich für diesen Weg entschied, hielt sich, auch wenn er vielleicht im Dienste der Familie und Freunde zu Aufgaben herangezogen wurde, vor denen andere zurückschrecken mochten, für weitaus besser als die korrupte und scheinheilige Welt. Wie tief und wie rasch die Mafia das Leben Siziliens durchdrungen hatte, wurde 1893 sichtbar, als Emanuele Notar Bartolo, Generaldirektor der Bank von Sizilien und ehemaliger Bürgermeister von Palermo versuchte, die kriminellen Aktivitäten eines seiner Direktoren zu unterbinden. Dieser war der Politiker Raffaele Palizzolo, der Verbindung zur Mafia hatte. Mutig beschwerte sich Notar Bartolo bei den Ministern in Rom über die verbrecherischen Machenschaften. Bevor der Fall aber vor Gericht gebracht werden konnte, wurde er in einem Zug von einem Attentäter mit 26 Messerstichen getötet. Er war die erste der vielen prominenten Leichen, die es in Sizilien noch geben sollte. Die in den 20er Jahren des vergangenen Jahrhunderts abgeschlossene Verschanzung der Mafia in ihren Stellungen machte die Organisation für Mussolini zu einem Staatsfeind. Als sie an die Macht kam, sahen die Faschisten in der Mafia das, was sie bereits damals war, una associazione per delinquere, eine Vereinigung zu kriminellen Zwecken, so lautete die Formulierung von Cesare Mori. Mori wurde als der eiserne Präfekt berühmt. Mussolini hat ihn nach Sizilien geschickt, um die Mafia zur Raison zu bringen. Er zog mit Pauken und Trompeten in die Machtzentren der Mafia ein und machte deren Bewohner unverblümt mit seinen Absichten bekannt. Mein Name ist Mori und es wird Tote geben. Die Kriminalität muss verschwinden, so wie der Staub vor dem Sturm des Scirocco verschwindet. Dieser Scirocco reinigte kräftig. Im Jahr 1928, in dem Mori seine Herrschaft antrat, gab es in Sizilien nur 26 Mordfälle. Im Jahr davor waren es 278 gewesen. Aber die meisten der Ehrenmänner, die er verhaften, hinrichten, einkerkern oder zu Zwangsarbeit verurteilen ließ, gehörten der Schicht der Picciotti an, der einfachen Soldaten. Die Bosse gingen in den Untergrund oder entkamen in die Vereinigten Staaten, nach Marseille, sogar nach Tunis und gaben sich dort als Helden des Widerstandes aus. Und als Mori 1929 die Beziehung zwischen der Mafia und einigen hochrangigen Chargen des faschistischen Regimes unter die Lupe nahm, wurde er in einem Telegramm aus Rom darüber unterrichtet, dass er in den Ruhestand versetzt sei. Er war der Erste, der verstand, was andere später erkennen sollten. Es war viel einfacher, mit der Mafia militärisch fertig zu werden, als sie aus der sizilianischen Politik und Kultur auszurotten. Nach der Invasion der Alliierten 1943 flohen die Faschisten auf das Festland, während die Alliierten auf Palermo vorrückten. Amerikanische Soldaten erlebten chaotische Verhältnisse. Kriminelle entkamen aus den Gefängnissen, die Pächter besetzten das Land, private Fäden wurden mit Mord- und Brandstiftung ausgetragen. Und es wurde alles gestohlen, was nicht nid- und nagelfest war. General George Patton sagte von den Parlamentanern, diese Leute sind verrückt. In einer solchen Situation erschien eine Struktur, die eine gewisse Einflussnahme versprach, akzeptabel. Es ist zwar ein Mythos, dass die Alliierten sich amerikanischer Gangster wie etwa Lucky Lucianos bedienten, um in Sizilien eine antifaschistische Mafia-Untergrundbewegung zu initiieren, aber es ist wahr, dass einige Amerikaner es naiverweise versäumten, die Mafia aus der Gesellschaftsordnung der Nachkriegszeit zu vertreiben. Tatsächlich schrieb der amerikanische Konsul in einem Brief an seinen Außenminister, ich habe die Ehre zu berichten, dass General Giuseppe Castellaro sich am 18. November 1944 zusammen mit einigen Führern der Mafia, darunter auch Calogero Vicini, mit Virgilio Nasi, dem Haupt der wohlbekannten Familie Nasi aus Trapani, beraten und letzteren gebeten hat, sich an der Führung der von der Mafia unterstützten Bewegung für die Autonomie Siziliens zu beteiligen. Die USA ließen die Idee eines sizilianischen Separatismus fallen, sobald die Deutschen aus Italien vertrieben waren. Aber sie streiften ihre naive Haltung gegenüber der Mafia nicht ab. Nach 1945, als in Sizilien endlich die lange hinausgeschobenen Aufgaben der Landreform und des Aufbaus von Gewerkschaften auf die Tagesordnung kamen, schien ein Gegengewicht zur Linken von geradezu lebensnotwendiger Bedeutung. Also wurde die Mafia nicht nur toleriert, sondern vorsichtig in ein Bündnis mit den Christdemokraten hinein manövriert. Die Christdemokraten, bekämpften die Kommunisten in der politischen Arena, erhielten Stimmen von der Mafia und bedienten sich auch manchmal der Mafia als ihres militärischen Flügels. Dieser Teufelspakt, der im Verlauf der nächsten Jahre zur Ermordung Dutzender von Kommunisten und Sozialisten und zu Wahlergebnissen führte, die die Christdemokraten in Italiens an der Macht hielten, war eine Generation lang der Fluch Siziliens. Als ich am 1. August 1947 geboren wurde, waren diese Fakten über die Mafia noch nicht bekannt, geschweige denn niedergeschrieben und veröffentlicht. In Sizilien war die Zeit noch nicht gekommen, sich umzuwenden und die Geschichte zu betrachten. Meine Eltern beobachteten besorgt, dass die Mafia die Krisen der Nachkriegszeit als Vehikel benutzte, um in den politischen und kulturellen Kreislauf unseres Landes einzudringen. Allerdings hatten sie auch unmittelbarere Sorgen, besonders die Furcht, dass ich ähnlich wie ihr erstgeborener Sohn, Carmelo, der einige Tage nach seiner Geburt 1941 gestorben war, jetzt auch an einer Lungenentzündung sterben würde. Zur Zeit meiner Kindheit war Penicillin in Sizilien noch ein exotisches Medikament. Aber durch die Verbindung der Familie meiner Mutter und das Ansehen, das mein Vater als berühmtester Anwalt für Zivilrecht genoss, gelang es ihnen, das wertvolle Mittel zu bekommen. In diesem Fall aus der Apotheke des Vatikans und ich wurde gesund. Statt aber zu verschwinden, wuchs ich ihre Besorgnis und meine Gesundheit zu einer Besessenheit aus, die einige Jahre später fast zu Hysterie wurde, als man während einer Routineuntersuchung feststellte, dass sich mein Herz auf der falschen Seite befand. Diese Entdeckung verdanken wir einem Radiologen. Als er meine Röntgenaufnahme sah, hatte er zuerst wütend seinen Assistenten beschimpft. Er habe einen seitenverkehrten Abzug hergestellt, nur um dann nach näherer Prüfung feststellen zu müssen, dass das Bild nicht nur korrekt war, sondern dass sich alle meine Organe auf der falschen Körperseite befanden. Seit damals trage ich stets ein goldenes Medaillon an einer Halskette, in das die lateinischen Worte situs viskerum inversus eingraviert sind. Und ich bin sicher, dass mancher denkt, meine politische Laufbahn sei ebenfalls nicht in der rechten Ordnung erfolgt. Ich hatte zwar zwei ältere Schwestern, aber unter den Söhnen war ich nach dem Tod meines Bruders der Erstgeborene. Ich nahm also eine wie in jeder sizianischen Familie äußerst wichtige Position ein, die nach einem liebevollen Diminutiv verlangt, ganz gleich wie alt man ist. Und so wurde ich Lucetto genannt. Vor allem, wenn meine Eltern mich ermahnten, all das zu tun, von dem sie hofften, dass es mich vor Übeln bewahren würde. Lucetto, zieh deinen Manteln über, sonst wirst du dich noch erkälten und wieder schlimm krank werden. Oder Lucetto, pass auf, dass du dich nicht verletzt. Oder Lucetto, lass das, du weißt doch, wie anfällig du bist. Später kamen noch zwei jüngere Brüder und zwei weitere Schwestern hinzu. Aber auf gewisse Weise blieb ich immer das Nesthäkchen der Familie und war doch zugleich der Erstgeborene. Und so wuchs ich mit der Überzeugung auf, der Tod habe immer eine Hand nach mir ausgestreckt. Und in der kurzen Zeit, die mir gewährt war, müsse ich so gut wie möglich leben. Das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich in den Jahren, als die Mafia entschlossen war, mich umzubringen, keine besondere Angst empfand. Ich war ja ohnehin seit meiner Geburt zum Tode verurteilt. Ich fürchtete mich vor Schmerzen. Aber der Tod selbst war schon seit vielen Jahren mein Gefährte gewesen. Der Lebensrhythmus eines Sizilien, das schon damals beinahe verschwunden war und inzwischen für immer der Vergangenheit angehört, gab meiner frühen Kindheit noch einen festen Rahmen. Die ersten 20 Tage unserer Sommerferien verbrachten wir zum Beispiel stets auf Embriaga, eine der großen landwirtschaftlichen Besitzungen meines Vaters in der Nähe von Corleone, ungefähr 65 Kilometer von Palermo entfernt. Embriaga, das sizilianische Wort für betrunken, grenzte an eine der vielen Besitzungen der Familie meiner Mutter. Die Landgüter Embriaga und Margi trennt ein Bach, über den eine kleine Brücke führt. An dieser Brücke hatten sich mein Vater, Salvatore Orlando, und meine Mutter, Eleonora, die jüngste Tochter der Adelsfamilie, der Camarata und viele Jahre jünger als er, als Liebespaar getroffen. Sie heirateten aus Liebe, aber nach sizilianischen Vorstellungen nicht ganz standesgemäß. Die Orlandos gehörten zum landbesitzenden niederen Adel und mein Vater, dessen Familie aus der reizenden Stadt Pritzi stammte, wurde wie schon vor ihm sein Vater und Großvater Anwalt für Zivilrecht. Die Orlandos gehörten zum katholischen, ländlichen Bürgertum, dessen strenge moralische Prinzipien im Falle meines Vaters durch ein Jurastudium in Heidelberg noch strenger geworden waren. Seine Moral hatte lediglich in seiner Frömmigkeit ihresgleichen. Mein Vater zahlte seine Steuern stets in voller Höhe und pünktlich. Andere aus seiner sozialen Schicht verachteten solche Zahlungen und umgingen sie nach Möglichkeit. Er galt als dumm, weil er sich an die Buchstaben des Gesetzes hielt, aber für ihn war der Buchstabe das Gesetz im Kleinen. Meine Mutter stammt von der einen Seite von den Markgrafen von Arezzo, ältesten mittelitalienischem Adel und von der anderen Seite von den Cameratas, den Baron von Corleone, ab. Meine Mutter ließ die Tatsache, dass sie rein formal unter ihrem Stand geheiratet hatte, manchmal gesprächsweise durchblicken. Es war ihr einziges Mittel gegen meinen übermächtigen Vater und sie benutzte es sehr elegant in Andeutung und etwas melancholischen Feststellungen. Dass sie aus Gründen, die ihr nicht so ganz klar seien, nicht mehr so oft wie früher in den Salons der ersten Gesellschaft in Palermo verkehre, wo sie von Geburt her eigentlich hingehöre. In Wahrheit war es aber die moralische Stränge meines Vaters und nicht etwa das Stigma einer bürgerlichen Herkunft, die beide zu der Entscheidung gebracht hatte, diese Umgebung zu meiden. Ich kann mich nicht erinnern, dass auch nur ein einziger Freund meiner Mutter oder meines Vaters, abgesehen von Angehörigen der engeren Familie, uns regelmäßig besucht hätten. Wir bewirteten viel eher einen Arbeiter oder Vorarbeiter von einem der Landgüter als Angehörige der ersten Gesellschaft Palermo, die nicht zu unserer Familie gehörten. All dies kam mir ziemlich merkwürdig vor, als ich heranwuchs. Irgendwann begriff ich dann, dass mein Vater uns davor bewahren wollte, unter den Einfluss von Leuten zu geraten, die, wie es bei so vielen Sizilianern aus gehobenen Kreisen der Fall war, in lockerer Verbindung mit der Mafia standen. Im Briaga war unser Refugium. Doch der Ort, wo wir entsprechend dem Rhythmus, der das Leben Siziliens seit Generationen regierte, den größten Teil unserer Zeit verbrachten, unser eigentliches Zuhause, war ein großes Haus an der Via Villa Franca mitten in Palermo. Unsere Mahlzeiten, darauf bestand mein Vater, waren das vollkommenste Abbild unserer Lebensweise. Pünktlich um 13.30 Uhr setzten wir uns jeden Tag an den Mittagstisch und um genau 20.30 Uhr versammelt wir uns zum Abendessen. Mein Vater am Kopf des Tisches, meine Mutter ihm gegenüber.